Guten Morgen, heute weiteres Video in der Reihe Print Equipment TV mit Mario und heute habe ich vier Punkte für dich. Und zwar beginnen wir mit dem hier. Wir haben eine Weihnachtsaktion, diesen Beileger findest du auch momentan in jedem Paket, was an dich rausgeht, je nach Sprache. Und diese Weihnachtsaktion ist seit Jahren ein Evergreen. Wir haben nämlich passend zur Weihnachtszeit oder passend zur Jahreszeit Tassenpressen mit drin in unterschiedlichen Konstellationen, unterschiedlichen Paketgrößen. Es gibt ein kleines Paket mit der MPR 1, zwei Heizelementen, ein paar Tassen dabei, okay. Das mittlere Paket hat die MPR 3 drin, sehe ich jetzt natürlich hier nicht so wahnsinnig gut, aber wir blenden die entsprechenden Maschinen und Bestandteile ein. Hat die MPR 3 drin, das heißt unser meistverkauftes Modell mit sechs Heizelementen, mit einer Auswahl an Tassen und Papier und so weiter. Und das maximale Paket, das heißt das super duper Wohlfühlpaket, hat dann auch wiederum die MPR 3, eine Auswahl an Tassen, Bierkrug-Elemente, Bierkrüge natürlich auch mit dabei und natürlich Papier und alles, was du dazu brauchst. Das heißt, du hast die Auswahl zwischen dem S-, M- und L-Paket und garantiert ist da was für dich dabei. Und wenn du ein paar Mäuse sparen willst, dann ist mein Tipp dafür, hol dir eins dieser Pakete, weil Tassenpressen, auch wenn du schon eine Tassenpresse hast oder schon zwei hast, völlig wurscht. Tassenpressen, das ist wie mit Kuchen, kann man nie genug haben, weil wenn du einmal einen Auftrag gemacht hast mit 100 oder 200 Tassen, machst du es mit einer oder mit zwei Maschinen, dann weißt du, von was ich rede. Das ist nicht so richtig erfüllend, hier stunden und tagelang an ein paar Tassen rumzuprutzeln. Je mehr Pressen du hast, desto zackiger und effizienter geht das von der Hand. Also, mein Tipp, hol dir eins dieser Pakete. Du sparst im Schnitt bei jedem Paket, egal welcher Größe, Größenordnung um die 20%. Also, mach das. Dann habe ich heute noch zwei neue Produkte für dich. Und übrigens, wenn es ein bisschen laut ist, also ein bisschen schlecht zu verstehen ist, bitte ich um Entschuldigung. Wir haben ja hier noch Besucher im Showroom und ein Hesse dabei, die grundsätzlich sowieso ein bisschen lautere Stimme haben, glaube ich. Also von dem her, bitte um Entschuldigung, bitte um Nachsicht. Unsere neuen Produkte, so was. Wir haben hier zwei etwas schräger Artikel aus Bambus, formschön natürlich. Und nein, dieses Bambus-Produkt ist nicht bedruckbar, sondern es ist ein Zubehörartikel und zwar, tada, für unsere Keramik-Schüsseln. Diese Schüsseln kann man nehmen als Obstschale. Man kann sie aber natürlich auch nehmen für den Waldi, also für den Hund oder für die Katze. Und zwar als Einzelschüssel oder als Halter für zwei Schüsseln. Entweder für zwei Katzen, zwei Hunde oder eine Katze, einen Hund für Fressen plus Wasser. Logisch, ne? Also, und ich zeige dir vielleicht mal, wie das Ganze funktioniert. Nämlich, wir haben hier diese schicken Spanngummis. Nagelneu eingetroffen und zwar schick deswegen, weil sie sehr, sehr elastisch sind, sehr gutes Druckergebnis bringen. Und weil sie auch schon eingefädelt sind. Wer das einmal gemacht hat, der weiß auch hier, wovon ich spreche. Das ist eine absolute Sträflingsarbeit, das selber zu machen. Dementsprechend unsere Spanngummis gibt es fix und fertig. Sieht so aus. Ich lege das Ding auf den Tisch. Habe hier meinen, in dem Fall Fressnapf, mit dem aufgeklebten Transfer. Das musst du jetzt denken dabei, ne? So, das wird auf den Gummi gelegt. Gummi vorgespannt von der einen Seite. Gummi vorgespannt von der anderen Seite. Und dann wird das hier zusammengesteckt. Und zusammengeklickt. Fertig. So, so geht das Ganze in den Ofen rein. Circa 20 Minuten im Ofen. Kommt raus. Die Manschette oder die Spanngummi wird gelöst. Indem man einfach hier den Metallverschluss nach oben drückt. Und fertig ist die Laube. Transfer abgezogen. Und das Ganze dann entsprechend, wie gesagt, als 1er Produkt, als Solitär oder als 2er Set an deine Kunden verkauft. Auch das Empfehlung, ein Tipp von Herzen. Das funktioniert. Die Leute sind völlig begeistert davon. Macht das. Und, muss ich natürlich nicht extra erwähnen, Hunde, Haustiere, Katzen. Also egal, was ihr euch als Haupthaustiere hält, haltet zu Hause. Gibt es in rauen Mengen. Der Markt ist riesengroß. Riesengroß. Macht das. Ein weiterer Punkt ist, wir laufen, wie gesagt, auf die Hochzusammen zu. Und im Dezember gibt es was. Es fängt an am 1. und hört auf am 24. Richtig. Ein Adventskalender. Wir haben die Anfragen. Wir haben uns auch entschlossen, das dieses Jahr wieder zu machen, wieder anzubieten. Und zwar, diesen Adventskalender findest du bei uns auf der Webseite. Das heißt, jeden Tag ein neues Produkt, was wir natürlich im Vorfeld nicht verraten. Du siehst aber im Nachhinein, welche Artikel du verpasst hast. Jeden Tag ein neues Produkt zu einem speziellen Preis, zu speziellen Konditionen. Wir haben da unsere Lieferanten, unsere Hersteller mit ins Boot genommen, haben uns da Werbekostenzuschüsse gesichert oder einfach Sonderpreise für die Artikel. Und dementsprechend sind wir in der Lage, die einzelnen Artikel an einzelnen Tagen zu einem höllisch interessanten Preis anzubieten. Du weißt ja kein Licht ohne Schatten und ich habe heute noch eine nicht ganz so gute Nachricht für dich. Und zwar, ich musste leider nochmals eine diesmal recht heftige Preiserhöhung oder Preiserhöhungsrunde verkünden. Und zwar, unser Hersteller Universal Woods hat eine ziemlich deftige Preiserhöhung angekündigt. Und zwar halte ich fest, zwischen 8 und 45 Prozent. Zwischen 8 und 45 Prozent. Das ist also durchaus erwähnenswert. Und das Ganze wird gültig sein ab dem 1.12. Das heißt, ab 1. Dezember 2021 gelten diese neuen Preise. Ich habe nur die Info, dass sich sie in dieser Spanne bewegt. Ich kann noch nicht sagen, welcher Bereich sich wie stark erhöhen wird. Wir kriegen das noch und werden dann die Preise entsprechend umsetzen und anpassen zum 1.12. Ich habe mir das überlegt oder wir haben uns das auch überlegt und durchgerechnet. Wir haben keine Möglichkeit, das noch irgendwie zu kompensieren oder abzuschwächen oder sowas in der Richtung. Wir haben dieses Jahr schon viele, viele Preiserhöhungen absorbiert. Sei es bei Paletten, Kartonagen, Versand, Frachten. Also da ist an vielen Stellen haben wir Preiserhöhungen geschluckt und kompensiert. Diese Preiserhöhungen werden wir in voller Höhe entsprechend weitergeben. Also alle Artikel, die mit Uni beginnen, UNI oder mit ALZ, das sind bei uns die Kürzel, mit denen die Universal Woods oder auch Chromalux Artikel beginnen, die Artikelnummern, werden sich um mindestens 8 in der Spitze bis zu 45 Prozent erhöhen ab dem 1.12. Deswegen auch hier mein Tipp, wenn du weißt, du brauchst noch das und das in der Menge, bestell es jetzt. Es gilt für alle vorrätigen und sofort lieferbaren Artikel noch die bisherigen Preise bis Ende November. Danke für dein Verständnis in diesem Fall, aber auf der anderen Seite, naja, man hört sie jeden Tag in den Nachrichten und wirklich überrascht bin ich ehrlich gesagt nicht mehr. Dankeschön und nächste Woche wieder mit besseren Nachrichten. Dankeschön. Ciao.